Hallo, hier ist Irene. Schon wieder mit einem neuen Video und schon wieder mit einem kleinen Päckchen. Und dieses Päckchen kam vom Mopfpapa und wer jetzt nicht weiß, wer der Mopfpapa ist, der informiert sich am besten unter www.mopf.net und wer dann dort gewesen ist, weiß wer der Mopf ist. Wer aber jetzt gleich sieht, was er mir geschickt hat, weiß auch wer der Mopf ist. Und zwar hat mir der Mopfpapa einen wunderschönen Kalender geschickt, einen Familienplaner für 2010 und illustriert halt mit den gelben Möpfen. Das sind nämlich die Möpfen und ich habe mich total gefreut über diesen schönen Kalender und deswegen präsentiere ich den hier gleich. Innen sieht der so aus, wie diese Familienplaner halt aufgeteilt sind. Vier Spalten und eine für gemeinsame Termine und ja praktisch Vater, Mutter und zwei Kinder können sich hier eintragen. Schöne, wirklich schöne Illustrationen. Ich mag ja den Mopf, ich mag auch den Mopfpapa und deswegen mache ich dieses Video hier ganz einfach mal, um zu sagen, hier, es gibt diesen wunderschönen Kalender und wer den möchte, wendet sich vertrauensvoll an den Mopfpapa. Okay, das war's. Bis zum nächsten Video. Tschüss, bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020